Ich habe hier die Skizze eines Logos für einen Bildhauer. Er möchte ein reliefartiges Gebilde dargestellt haben, und zwar so, dass hier steinerne Flächen simuliert sind, die Schattierungen aufweisen, also im Prinzip Vertiefungen, und es soll das E und das B von Erich Brunner dargestellt sein. Ich habe das mal umgesetzt, und zwar man sieht, das ist Steinoberfläche, hier Vertiefungen, also ich gehe davon aus, das Licht kommt in diesem Falle von links oben, diese Fläche ist beleuchtet, diese ist flach und diese sind irgendwie am Schatten. Ich möchte in den kommenden Videos zeigen, wie ich das relativ effektiv mit Illustrator erstellen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.